wir sind hier bei den villager bros und sind dabei gerade einmal ein paar villagers hier raus zu arbeiten das problem ist dass wir drei stück schon haben das heißt für eine farme nein kommt zurück da war der grad draußen genau hier müsst ihr raus hier wünsche ich mir dass er hinkommt genau wunderbar genau so und dann können wir gerade wegfahren und schnell weg von den anderen dorfbewohnern da dürfen wir nicht so wir müssen nämlich mit denen hierhin fahren mit dem schon mal hierüber können wieder zurückgehen und dann nehmen wir die das ihr wart mal jetzt müsste noch einer frei rumlaufen genau du musst noch mitkommen ne du musst da rein hallo du musst hier raus haben wir irgendwas aus bus noch eingesammelt weil hier gerade ein dock fehlt ne irgendwie nicht wir hätten auch planks aber die wollen wir nicht da reinsetzen dann setzen wir die mal so hin naja ist wenigstens ein bisschen schöner so komm du raus ansonsten muss ich dich entführen machen wir das so zack und dann fahren wir mit denen die spazieren so wir können hier wieder zu machen wunderbar machen wir hier machen wir jetzt mal so dann müssen wir den äh f3b äh jetzt ist die frage welche hitbox dahin zählt genau so genau die legen sich jetzt pen das können sie machen und dann gehen wir den cut zack 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 z wir aufpassen dass wir die nicht zerstören weil das ist ein bisschen ätzend so wir brauchen nämlich da ein wir brauchen die nämlich so zack oder wir wollen sogar anders so jetzt können wir schlafen gehen das bedeutet für uns wir nehmen alle betten hier mit so wir reißen sie mal ab und dann können wir jetzt mal hier betten sitzen betten sitzen müssen sie sowieso gleich am abreißen so genau wir können mal kurz schlafen das ist gut weil dann können wir nämlich anschließend direkt halt euch das bekommen mit gleich anschließend direkt das nächste baby machen so wir müssen jetzt hier einmal rausfahren man könnte ja theoretisch warte mal wir könnten da auch einfach sagen wir machen das so wenn wir das wasser hier hinsetzen ist das auch gut da können wir das nächste wasser hier hinsetzen also das hier leer genau da können wir nämlich darüber fahren und davon holen wir uns gerade noch mal hier ein wasser und neuen wasser also hier können wir nämlich noch mal wasser hinsetzen definitiv und hier können wir eigentlich auch noch wasser hinsetzen und so können wir doch definitiv hier rüber fahren wir doch schon fast draußen da hoch das ging mir zu schnell so hier sind aber noch ein paar jetzt müssen wir noch abarbeiten genau wunderbar so was haben wir denn ein bildchen da wir haben spruce boote da die können wir eigentlich mal hinsetzen so und den auch mal gerade direkt hier hinsetzen weil da müssen wir nämlich eher weniger lang so und den fahren wir mal kurz zurück und da können wir mit dem tatsächlich hier lang wir müssen nur mal kurz und zwar direkt nach hier bin ich jetzt hier wasser hinsetzen kommen wir nicht hoch aber wir können die villager so hochlocken nee du zurück genau so können wir die aber doch hochlocken das ist gut sonst müssten wir irgendwie irgendwas bauen mit denen so aber so könnten wir die doch schon mal richtig zügig darüber transferieren ganz schnell schwimmen zack 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 wunderbar und dann fahren wir mit dem auch gerade darüber einmal direkt runde drehen auf der action waterpool äh waterbar bahn so da können wir einmal rüber und dann können wir hier so lang fahren zack 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 kollidieren einmal kurz mit dem wasser dann gehen wir im fnw ist viel schöner zu fahren so wunderbar an haben wir noch ein boot dann können wir gerade das boot hier rüber tun zack 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 soo du gehst mal darüber genau das ist auch gut das ist auch gut, die können wir so machen wunderbar jetzt muss nur noch der dritte villager dahin dann wäre das doch schon mal sehr gut da haben wir schon mal eine farm vollständig ich meine man könnte jetzt auch natürlich sagen man nimmt zwei also ja langweilig das heißt ja gut mit dem da fahren wir jetzt mal kurz hier so rüber es geht schneller wie über das wasser genau dann sind wir auch schon da gemacht 5 drücken und dann fahren wir schon mal in richtung wollen wir schon in richtung ziel zack du kannst das nicht machen das funktioniert so nicht mein lieber hat aufbefohlen so und die anderen zwei dürfen ein bisschen weiter transportiert werden und dann können wir die auch gleich da rein arbeiten ich bin gefuscht mal bauen das geht auch nicht super wunderschön dann hier einmal gerade rüber gefahren zack und zack und zack und zack wunderbar und dann hier mit f5 können wir auch gerade wieder zack es war so dass man mit dem gucken nicht hinlenkt das war früher gut da fahren eure wunderschönen oh nee nicht sneaken das macht keinen sinn zack zack das sind positive glücksgefühle so wie kommen wir denn da rüber kommen wir überhaupt da rüber ja doch wir kommen da rüber wir müssen nur eine kleine umlenkung fahren und zwar hier lang nicht so sondern so zack zack äh ja spielt eigentlich fast gar keine rolle ne so jetzt müssen wir dich nur noch da raus lassen und zack ne 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 da da dahin 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 dann fange ich dich halt hier mit dem boot das ist mir egal so dann nehme ich dich halt von hier mit und fahre hier rüber dann geht es hier lang zack 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 und hier zurück das ist halt weil die gerne sagen nee wir wollen wir wollen hier dingen sind wir wollen gerne da rüber schauen wir könnten jetzt eigentlich mal zack da wir können jetzt auch fast da hinten raus aber da ist weniger wasser ne da müssen wir viel weiter zack für fahren äh also auf land fahren und das wollen wir nicht wir wollen direkt fahren super wunderschön ist dass wir ganz entspannt fahren wir hier lang und können dann direkt einmal doch direkt dagegen fahren super so und weil die das so wollen machen wir das anders wir machen das jetzt mal so wir reißen hier einfach mal zack 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 so bauen hier einfach wieder zu und setzen boot hier hin falls der jetzt mein da rein zu ja genau dankeschön perfekt das ist gut gut gewollt also gut gemacht jetzt müsste man eigentlich nur noch den dritten dann lang kriegen die frage ist halt ist der dritte schon ready oder ist hier noch kein baby passiert da sind babys da sind sogar zwei babys und dann dass das so gut funktioniert hätte ich jetzt nicht gedacht die frage ist jetzt wo läuft der hin das stellt sich mir jetzt die frage weil wenn der jetzt da oben läuft dann könnte man theoretisch gesehen die abkürzung nehmen ne ja glaubst du ja aber was verfolgt er mich jetzt er verfolgt mich ne doch nicht ne doch nicht ich dachte der verfolgt mich so jetzt komm mit wie lang hä laufen die einen hinterher wenn man eine items in der hand hat das ist mir neu wir fahren jetzt auf jeden fall mal ganz schnell hier rüber weil wir müssen auch gleich schlafen dann die dort die dort die dort die dort zu ist im kein zombies bornen die meint doch wunder wunderbar super, wunderschön, das ist gut das ist gut, das ist gut, so ein bisschen da rüber noch zack, 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 hoch ja, das kriegen wir gut hin und dann können wir jetzt hier wieder zack, 1, 2, 3, 4 dann wird ein Backupboot hier noch hingestellt und ein Boot müssten wir noch nicht haben, machen wir nicht, schade danke, so, jetzt müssen wir nur ganz kurz schlafen, wir haben gar kein Bett wie machen wir das, wir haben unsere Betten, ja, wir haben die ja hingelegt, ne, das ergibt absolut nicht zu viel Sinn so, wir müssen jetzt die direkt hier rein arbeiten, so und dann, äh, haben wir schon mal die da, das heißt, der wird jetzt nochmal direkt Boot brauchen wir nicht mehr noch hier rüber gefahren das machen wir auf jeden Fall definitiv noch beziehungsweise fahren wir den jetzt noch hier hin irgendwo warte mal fahren, den noch ein bisschen hier rüber zack, 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 so und den eventuell hier hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder witzig, falls, dann lass uns einen positiven Bewerbte und ein Abo würde mich echt mega, mega drüber freuen bis zur nächsten Folge ciao, Leute